hallo zusammen schön dass ihr reinschaut ich zeige euch heute in dieser folge wie ihr 100 geschenke bekommt und damit den propeller hat freischaltet wie ihr sehen könnt gibt es dazu auch noch das ancient outfit da gehört auch noch der helm dazu aber natürlich ist der propeller hat viel cooler muss man ja schon sagen weil der ja fast überall benutzbar ist und wenn ihr auch noch wissen wollt wie ihr das coole hoverboard dazu bekommt dass ihr im anschluss zudem 100 geschenken machen könnt dann schaut hier in der infokarte oder im abspann zeige ich es auch noch mal und um nichts neues zu verpassen und keine neuen folgen lasst doch ein like und ein abo da los geht's 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Mond ist gar nicht mehr. Echt? Es ist eine Gehaltsduröffnung. Juhuuu. Aber war ja gut. Heidegger wird sehr auf Anhieb gleich geklappt. War ja richtig. Der Mond ein. Șle�. Soo dunklers. Caoo dunklers ist. Ihnen geht. Ja. Ken Stein. Kamp sore jetzt 2 election. uft200. Wo bist du jetzt rausgekommen? Und damit haben wir den Propeller-Head, Propeller-Head, ja du, noch nicht, weil dein Karklein ist nicht alle mitgenommen, bei deinem neuen, aber du hast die Schwierigsten schon mal an. Und ich glaube, ich fliege da vorne. Hat ihr hier mal den Stopp-Knopf gesehen? Bis zum nächsten Mal. Mein Kark, ich fliege da vorne. Um zu sehen, wie das Hammerboard freigeschaltet wird, klickt hier links. Euer Flint.